Diese Weinberge horten Schätze. Historische Sorten neben Pionierzüchtungen, die Forscher mit Winzern zusammen für die herausfordernde Zukunft entwickeln. Denn Nachhaltigkeit und Klimawandel werden zum Sortenwandel im Weinbau führen, sagen Experten. Wenn wir etwas Spritzmittel stark reduzieren wollen, dann wird es dem Weinbau schlicht ergehen mit den traditionellen Sorten, denn die haben alle keine Resistenzen gegenüber den Schadregern. Ich bin hier am Geilweiler Hof, eine der größten Genbanken Europas, wenn es um Weinreben geht, wo es wahnsinnig viele unterschiedliche Weinsorten gibt. Unter anderem zum Beispiel der Regent, der hier erfunden wurde. Das ist eine der sogenannten Piwis, der Pilzwiderstandsfähigen Sorten. Er ist absolut geschafft, sich durchzusetzen, aber es gibt hier noch eine andere, der Calardes Blanc. Der vielleicht der Wein von morgen wird, hat nämlich bestimmte Resistenzen gegen Mehltau, Echten und Falschen und anderen Schaderregern, die wir brauchen, wenn wir zukünftig hier die Kulturlandschaft erhalten und dabei weniger spritzen wollen. Begleitet mich hinter die Kulissen des Julius-Kühn-Instituts für Weinreben-Züchtungsforschung zu Prof. Dr. Reinhard Töpfer. Er erklärt, worauf es bei der Weinzüchtung ankommt und was den Weinbau bedroht. Das ist der Geilweilerhof in Siebeldingen und hier eine riesige Genbank für Wein. Hier findet man sogar historische Rebsorten aus aller Welt, die es nirgendwo anders mehr gibt. Das Julius-Kühn-Institut erhält sie und entwickelt neue Sorten. Und das ist Prof. Dr. Reinhard Töpfer, langjähriger Direktor des Instituts. Reinhard Töpfers Team erforscht und entwickelt nachhaltige Lösungen zur Erhaltung unseres Kulturguts. Denn der Weinbau kommt in die Bedrohie durch Klimawandel und Umweltanforderungen. Was ist denn das Problem mit dem Klimawandel? Reben haben einen gewissen Temperaturanspruch. Deshalb sind sie in den warmen Regionen des Weinbaus, Deutschlands in dem Fall, angesiedelt. Diese Regionen werden aber zunehmend wärmer und verlieren sozusagen das Optimum für die bestehenden Sorten, das Wachstumskulturoptimum. Unsere Sorten passen inzwischen schon teilweise besser in den Norden hinein. Aber wir wollen ja nicht, dass unsere Weinbauregionen abwandern. Wir möchten hier Kulturlandschaft haben, erhalten, nutzen. Sie sind touristisch erschlossen und es sind florierende Regionen. Und darum kämpft natürlich am Ende der Weinbau. Und dafür brauchen wir Sorten, die angepasst sind an Klimawandel und auch an Fragen, die das Stichwort Nachhaltigkeit betreffen. Für Nachhaltigkeit soll der Green Deal sorgen. Der soll die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 um insgesamt 50 Prozent reduzieren und den Einsatz in sensiblen Gebieten komplett verbieten. Allerdings wird sowohl im konventionellen als auch im ökologischen Weinbau sehr viel präventiv gespritzt, damit gar nicht erst ein Schaden entsteht. Es werden zwischen acht und zehn Pflanzenschutzbehandlungen üblicherweise appliziert. Bei schwierigen Witterungsverhältnissen kann das auch nach oben gesteigert werden. Frage, wozu könnte der Green Deal führen, wenn keine neuen Sorten ins Spiel gebracht würden? Er führt im Extremfall dazu, dass eine Kulturpflanze wie die Weinrebe, die unmittelbar auf Pflanzenschutz angewiesen ist, nicht mehr angebaut wird. Und das in letzter Konsequenz führt zur Aufgabe von Weinbergsflächen, Verlust an Kulturlandschaft. Eine Reduktion des Pflanzenschutzes auf Null wird nicht funktionieren im Weinbau. Wir können mit reduziertem Pflanzenschutz, und das ist ein Ziel, dem wir voll folgen wollen, viel erreichen und auch die Fordernisse des Green Deals erfüllen. Unsere traditionellen Sorten erfordern also zu viel Pflanzenschutz. Zudem macht ihnen der Klimawandel zu schaffen. Aber warum schadet Hitze den deutschen Reben eigentlich? Also wir sind hier am Nordrand des europäischen Weinbaus. Wir lieben die kühlen Bedingungen für den Wein, für die Weinrebe. Das heißt, die Aromatik, die sich besser entfaltet, wenn die Weinreben unter kühleren Herbstbedingungen reifen. Das führt zu spritzigen Weißweinen. Und diese Bedingungen verlieren wir zunehmend. Wir haben warme Bedingungen, früher im Jahr, meistens Anfang September, vielleicht sogar schon im August, die Reife. Und das führt letztlich dann dazu, dass wir untypische Weine bekommen. Und alkoholreich, alkohollastige, säurearme Weine, die dann wirklich nicht schmecken. Geschmack ist aber das wichtigste Kriterium in der Weinzüchtung. Also vor allem geht es um die Weinqualität. Das ist das oberste Zuchtziel. Es gibt keine andere Kulturpflanze, bei der die Qualität so im Vordergrund steht wie bei der Weinrebe. Das zweite ist Ertrag. Natürlich muss auch im Winzer Ertrag haben. Nur dann, wenn der Ertrag erwirtschaftet, kann er gut und produktiv sein. Qualität ist die Summe aus den Faktoren Zucker, Säure und der Aromatik. Das ist extrem komplex. Das Spiel zwischen Zucker und Säure ist entscheidend. Wir wollen nicht zu viel Zucker haben, sprich zu viel Alkohol haben. Gleichwohl ist Alkohol auch ein Geschmacksträger. Wir haben dann natürlich auch noch die vielen Aromastoffe und Gerbstoffe. Je nachdem, wenn Sie einen Rotwein haben, dann sind es die Tannine, die Gerbstoffe insgesamt, die hier eine entscheidende Größe spielen und das Geschmacksbild liefern. Weinzüchtung erfordert nicht nur einen ausgeprägten Geschmackssinn, sondern vor allem viel Geduld und Weitsicht. Es dauert nämlich über zwei Jahrzehnte, eine neue Weinsorte zu züchten. Warum eigentlich? Ja, bei der Rebe sind die ersten mindestens drei Jahre Jahre, in denen keine Früchte entstehen. Das ist die reine Biologie der Pflanze. Das heißt, erst ab dem vierten Jahr können wir Wein ausbauen. Und dann brauchen wir drei Jahre zur Bewertung, sprich in der Summe sind das sechs Jahre, die entstehen pro Zuchtstufe. Wir durchlaufen bis zu vier Zuchtstufen und da sind wir schnell bei 24 Jahren. Eine neue Sorte benötigt das Beste von allen. Nach Priorität sortiert sind die Zuchtziele Qualität, Ertrag, verschiedene Resistenzen, vor allem gegen Mehltau, aber auch andere Resistenzen. Dann folgt die Phänologie, also wann der Termin zum Austrieb, Blühen und Reifen erfolgt. Auch wichtig sind sogenannte abiotische Stressfaktoren, wie etwa Winterfrost oder Sonnenbrand. Weiterhin wird nach der Pflanzenarchitektur gezüchtet, etwa wie aufricht der Wuchs ist oder wie locker die Trau besitzt. Wir haben also im Grunde genommen einen Riesenstrauß an Zielen, die kombiniert werden müssen. Die Resistenzen sind aber erstmal wichtiger. Warum besitzen unsere europäischen Kultursorten eigentlich keine Resistenzen gegen diese fiesen Pilze? Vor 1845 gab es in Europa weder den echten noch den falschen Mehltau. Der echte kam 1845, 1878 kam der falsche Mehltau und 1885 kam die Schwarzfäule. Das sind drei Schaderreger, die von Nordamerika eingeschleppt worden sind. Und zwischendrin kam eigentlich das größte Problem, die Reblaus 1863. Und das führte letztlich fast zum Erliegen des französischen Weinbaus. Doch der Weinbau hatte es doch noch geschafft. Winzer haben gute Tricks auf Lager. Man hat in der Zeit erkannt, dass es Unterlagssorten oder dass es Sorten gibt, die an der Wurzelresistenz sind und hat die als Unterlage verwendet. Es basiert auf Wildarten oder Artkreuzung von Wildarten, die man dann in Europa letztlich als Unterlagssorten eingesetzt hat. Im Übrigen, die bis heute im Einsatz sind. Alte Wildarten werden auch am Geilweiler Hof bewahrt. Hier ist eines der größten Genbanken Europas für Weinrebensorten. In diesem Feld der Züchtungsforschung genießt das Julius-Kühn-Institut hierzulande ein Alleinstellungsmerkmal. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schlüsseln die Genetik auf und machen sie züchterisch nutzbar. Hand in Hand mit Weinbauern. Im Feld stehen im Prinzip einerseits die Winzerinnen und Winzer, die die Pflege der Pflanzen betreiben und überwachen. Und das andere sind die Wissenschaftler, die halt aus den Pflanzen Datensätze generieren über Evaluationen von Pflanzenmaterial. Den alten Kultursorten kommt hierbei eine ganz besondere Bedeutung zu. Also sie sind für uns als Züchter ein Reservoir für zukünftige Arbeiten. Wir wissen nicht, welche Kalamitäten auf uns zukommen, sei es durch Klimawandel, sei es durch weitere Schädlinge und Schaderreger. Und können aus dem Reservoir schöpfen, versuchen resistentes Material zu akquirieren oder besser angepasstes Material zu rekrutieren. Also wir haben zwei Kernaufgaben. Das eine ist die Züchtung und das zweite sind die genetischen Ressourcen. Unter diesen haben wir Züchtungsforschung organisiert, die der Züchtung zuarbeiten soll. Mit Erfolg. Am Julius-Kühn-Institut wurden unter anderem sogenannte pilzwiderstandsfähige Rebsorten gezüchtet. Kurz Piwis. Ein berühmter Vertreter unter den Piwis ist der Regent. Der wurde 1967 gekreuzt, hat dann 30 Jahre in den Zuchtquartieren zugebracht und ist seit 1996 eine klassifizierte Sorte und im Anbau. Das Besondere an Piwis allgemein gesagt, sie leisten einen Beitrag zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln. Dadurch, dass die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten eine eigene Resistenz haben, Toleranz, sagen einige, kann man den Pflanzenschutz, jede zweite Spritze sozusagen ausfallen lassen. Und das führt in der Konsequenz zu, dass sie den Pflanzenschutz halbieren können. Bei einigen Sorten, die halt bessere Resistenzen haben, können sie das steigern, sodass wir zwischen 50 und 80 Prozent Reduktion als Größenordnung angeben können. Also können Piwis helfen, unsere Kulturlandschaft zu erhalten? Ja, sie werden langfristig dazu wirklich ein Fundament sein. Aber man muss das als evolutionären Schritt sehen und nicht als Revolution. Das geht nicht von heute auf morgen. Das geht aus diversen Gründen nicht. Allein die Pflanzgutproduktion benötigt Zeit. Also wir werden uns langsam daran gewöhnen müssen, dass neue Rebsorten entstehen, dass sie angebaut werden. Und der Konsument, der soll auf die Suche da gehen. Der soll auf eine Entdeckungsreise gehen nach neuen Sorten. Ich habe hier den Calardis Blanc stehen. Oder, hier suchen wir noch einen neuen Namen, einen Zuchtstamm mit einer Nummer. Das ist etwas, was vielleicht die Zukunft des Weinbaus stark beeinflussen wird. Diese Piwis hier, der Calardis Blanc und die noch unbenannte Züchtung, könnten die Trauben der Zukunft werden. Nicht nur im deutschen Anbaugebiet. Was diese beiden Piwis konkret auszeichnet? Also beide Sorten sind sehr widerstandsfähig. Sie sind robust und widerstandsfähig gegen echten Mehltau, falschen Mehltau, gegen Schwarzfäule. Sie haben hohe Widerstandsfähigkeiten gegen Botrytis. Calardis Blanc kennen wir schon länger und intensiver. Da kann ich sagen, dass sie sonnenbrandfest ist, dass sie insgesamt sehr aufrecht wächst, dem Winzer sozusagen die Handarbeit teilweise abnimmt. Sie passt ins Bild, sie ist nicht zu alkoholreich. Das muss man halt auch als Pluspunkt in Zeiten des Klimawandels sehen. Also von daher ist es ein Allrounder, was die Eigenschaften sowohl für den Produzenten darstellt, als auch die geschmacklichen Profile für den Konsumenten. Noch sind Piwis allerdings in einer Nische angesiedelt. Sie stellen weniger als vier Prozent der Anbaufläche. Der Calardis Blanc ist erst seit wenigen Jahren zugelassen. Er befindet sich gerade in der Markteinführung. In Deutschland stehen bereits 50 Hektar mit dieser Traube. Tendenz steigend. Und wir werden schauen, wo sich die Reise hin entwickelt. Das kann man a priori vorher nicht sagen. Ich glaube, es ist wichtig, die Sortennamen spielen eine große Rolle. Im Moment sind frankofone Sortenbezeichnungen sehr enburg. Wir kamen auf den Namen Calardis Blanc, weil der Geilweiler Huf in einer Literatur als Geilharzweiler oder Calardis Vilre bezeichnet worden ist. Und aus dieser lateinischen Form Calardis Vilre haben wir Calardis Blanc abgeleitet, beziehungsweise auch die Muttersorte Calardis Musqué. Diese Piwis sind aber nicht immun gegen Pilzbefall, sondern besitzen Gene, die sie resistent gegen Krankheitserreger machen. Doch auch Resistenzen brechen irgendwann. Wie stabil sind die Resistenzen? Das ist die Gretchenfrage. Und wir wissen inzwischen aus der Pflanzenzüchtung, ob das nun annuelle Kulturen sind oder auch, ob das die Rebe ist, dass die Resistenzen alle ihre Halbwertszeit haben. Wir wissen das sowohl vom Pflanzenschutzmittel, da werden auch resistenzbrechende Isolate selektiert. Pflanzenschutzmittel geht massiv in den Markt, große Fläche, schneller Prozess, zwei Jahre sind die Dinger geknackt. Deshalb wird die Wirkstoffgruppe mit jeder Applikation gewechselt. Das können wir bei der Resistenz nicht. Die ist einmal da. Und in dem Moment, in dem die Pflanze in die Verbreitung geht, ist zu erwarten, dass eine Resistenz bricht. Deshalb brauchen wir den protektiven Pflanzenschutz auf reduziertem Niveau. Und jetzt im Moment sind wir dabei, zwischen zwei und drei Resistenzen gegen einen Schaderreger in der Pflanze zu akkumulieren, um das dann als künftige Sorten herauszubringen. Deshalb sind wir hier mit vier schon ganz gut aufgestellt, beim falschen Mehltau. Beim echten Mehltau ist es eine Resistenz. Damit sind diese Peewies auf jeden Fall besser aufgestellt als die traditionellen Rebsorten. Doch ein Winzer kann ja nicht von heute auf morgen einfach seine Rebanlage auswechseln. Er erneuert sie gewöhnlich erst nach etwa 30 bis 40 Jahren und wird sich spätestens dann mehrere Gedanken machen müssen. Erstens, er muss nachhaltig und ökonomisch wirtschaften. Zweitens, er muss vor allem sein Produkt ja auch verkaufen können. Und in dem Spannungsfeld steht er, er muss die neuen Sorten, und das ist meine Empfehlung, testen, damit er Erfahrung sammelt. Ich glaube, das ist jetzt wirklich der Zeitpunkt. Es gibt viele neue Sorten, viele gute Sorten. Und auch vielleicht die Qual der Wahl für den Winzer, dass er nun den Weg sucht, sich mit den neuen Sorten ein bisschen zu befreunden und zu befassen, damit er für die Zukunft sich hier gut aufstellen kann. Dauerhaft bei traditionellen Rebsorten zu bleiben, wird nicht die Lösung sein. Nachhaltigkeit und Klimawandel werden zum Sortenwandel führen. In dieser Konsequenz muss man das formulieren. Und deshalb ist es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wir brauchen letztlich auch vielleicht eine Dachmarke, unter der wir die neuen Sorten, weil ständig Neues entsteht. Das ist für den Weinbau, der traditionsverhaftet ist, schon ein gewisses Problem, dass wir unter einer Dachmarke die neuen Sorten vermarkten. Vielleicht unter dem Label PV. PV International ist ein Verein, der ein Label hat und der dieses Label auch gerne offeriert. Und unter diesem Deckmantel könnten halt als Signalwirkung für den Konsumenten eine neue Generation von Sorten, wenn wir sie PVs oder wir könnten sie auch Pioneer Wines nennen, sich entwickeln und am Markt etablieren. Also wichtig ist, einfach auf die Suche zu gehen, da gibt es was Neues, was besser angepasst an sich ändernde Umweltbedingungen ist. PVs oder Pionierweine. Entwickelt von Pionieren über Generationen. Professor Rainer Töpfer ist einer von ihnen. 2024 geht er nach jahrzehntelanger Institutsleitung in Rente. Was dem Direktor rückblickend die größte Herausforderung war? Also sicherlich eine Herausforderung, den langen Atem, den Züchtung erfordert, zu haben, zu halten und vielleicht auch mitzugestalten. Und zu dem Bewusstsein zu kommen, dass es eine Generationenaufgabe ist. Man übernimmt Material von seinem Vorgänger und man möchte Material für den Nachfolger übergeben. Und wie blickt er auf die Zeit zurück? Hat Spaß gemacht. Das macht immer noch Spaß. Na, er forscht ja auch weiter in seinem kleinen privaten Weinberg, wo er natürlich auch Piwis hält. Also unsere Rebfläche liegt bei etwa 2 Hektar. Sie können aus einem Hektar Qualitätswein ca. 10.000 Liter produzieren. Wir machen etwas weniger. Also es ist zu viel zum selber trinken und wir freuen uns über jeden Weinkunden, der neue Sorten probieren möchte. Wir haben ihn probiert und fanden ihn köstlich. Herzlichen Dank für die Führung. Manche Weinrebensorten leiden neuerdings unter Sonnenbrand. Und das Julius-Kühn-Institut fand zufällig einen Ausweg aus der neuen Misere, als Dr. Florian Schwanders Gruppe eigentlich den Qualitätsmerkmalen auf der Spur war. Mehr über Weinqualität und das SelbanQ-Projekt und wie man sich die sogenannte markergestützte Selektion bildlich vorstellen kann, findet ihr in diesem Film. Auf Instagram gibt es übrigens viel begleitendes, crossmediales Material zur Weinforschung am Geilweilerhof. Schaut doch mal vorbei bei blattgeflüster unterstrich informiert oder auf Facebook-pflanzenforschung.de. Macht's gut und bis dahin! Psst, blattgeflüster! graffiti Fitzpatrick 60 Hz Super 70 70 70 80